Man kann natürlich auch sagen, dass die ÖVP, der kurz sich diese Partei mit ins Boot geholt hat als Koalitionspartner und dass er dann natürlich nicht sich abputzen kann, als hätte er damit nichts zu tun. Das ist eine Frage auch von Anstand von Moral und Ethik, mit wem man sich ins Bett legt. Wenn es ein Hund ist, muss man sich nicht wundern, wenn man am nächsten Tag mit Flöhen aufwacht. Bis zum nächsten Mal.